Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Weil sie böse abhängig waren, schmiedeten sie, wie Dringe, die den Träger immer mit THC versorgen und ihm ein breites, prägendes Leben verschafft. Ja! Ja, wie gehts? No, no! EXPLAUGH! Had' ich gesagt, scheiß lechas! Alter, schon mal ne 5000nnatt Basemachine gehört? Geht voll ab, Alter! Das war's für heute. 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 Musik Wow Damn BELL! Ja was? Komm schnell hier, Mann! Totaler Chaos! Das glaubst du einfach nicht! Wo? Tankstelle! monarchiert icy place na chine Schwierig Misch